Hi, ich bin Stefan Fürstner von der Eintracht. Herzlich willkommen bei Media Day. Die Jungs ziehen super mit und hier kriegt ihr ein paar Eindrücke, was so abgelaufen ist. Wenn ich den Jubel sehe, dann zahle ich freiwillig in die Mannschaftskasse. Oh, Trainer! Hey, Malte, mein Freund! How are you? Und deine Gruppe ist gut? Meine Gruppe ist der Beste. Die Beste oder der Beste? Die Beste. Ja, mach mal, mach mal! Hey, Aufsprung! Ziehen die Jungs ganz gut mit? Ja, die Jungs ziehen ganz gut, aber an ihm muss man sich wirklich noch ein bisschen erziehen. Boden müssen wir auch nicht mal putzen. Und wie können wir das regeln? Ja, indem die Alten Bescheid sagen, wie es funktioniert. Hier, bitteschön. Willst du ihn mehr zusammen? Ja. Also man merkt auf jeden Fall, du hast es nicht zum ersten Mal gemacht. Ja. Wie lange bist du denn schon Profi? Oh, schon einige Zeit, Ivan. Was heißt denn einige Zeit? Na, länger als du. Als ich lebe? Ja, fast. Ich könnte dein Daddy sein. Bist du aufgeregt, Bulli? Ich mache das schon das siebte Mal hier. Lass mich in Ruhe. Ja, ist gut. Das gehört dazu, oder? Auch in der Vorbereitung. Aufsprung zu sein, oder? Ja, es gehört sehr viel dazu. Ihr macht gute Arbeit. Ich bin dankbar. Willst du irgendjemanden grüßen? Ich grüße niemanden. Bist du schnell? Schnell müde? Sehr schnell. Jubel! 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 Ey, Nick, komm mal kurz her. Von welcher Station kommst du gerade? Wir kommen gerade von den Jubelbildern und sowas. Was geht hier? Also, ey, wir tüfteln, wir tüfteln. Was ist denn so ein Suppler? Diese Bilder müssen so gut aussehen hier. Also, ist echt mega witzig, hat mega Bock gemacht. Wünsche euch viel Spaß, wenn ihr da auch seid. Aber warum lachst du die ganze Zeit in die Kamera? Hast du oben schon die Geschenke gesehen? Ja, in einem Geschenk war ein 8x30 Sekunden Lauf. Und in einem Geschenk war 4x4 Minuten dabei, habe ich gesehen. So, da kommen noch viele Geschenke schon. Halb, Stopp! Jetzt rede ich! Schönen guten Tag. Hallo. Sie sind ja schon ein alter Hase im Business. Worauf kommt es denn jetzt an, im Shooting? Im Shooting, ja, das muss einfach passen, alles besser. Entweder steht einem oder nicht. Denkst du dir steht? Ja, ich denke schon. Okay, danke. Viel Spaß. Eins habe ich auch noch gesehen. Da war ein freier Tat drin. Du hast ja gestern deinen ersten Probevertrag unterschrieben, ne? Ja. War das jetzt leichter mit einem Prozess machen oder? Nein, nein, ist ja etwas völlig Neues für mich. Hey Ivan, du kannst alles dran, dir steht nichts. Eine kurze Beepbox-Einlage? Ganz kurz. Also, kannst du dich daran gewöhnen? Ja, schon. Macht auf jeden Fall Spaß. Alter Falter. Ich grüße nochmal Stefan, weil der macht das echt super. Ist auch schon wie so ein Vorbild für uns dann in dem Sinne. Jetzt verabschiede dich mal von den Fans. Tschüss. Tschau Fans. Bis bald.